Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 19. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 638 und ich gratuliere meiner Mutter zum Geburtstag. Ich habe die folgenden Themen für euch. Libra, Google Chat, Dr. Mario World, DKB, TV OS, also TV OS besser gesagt, iOS 13, Apple Arcade, Lidl und Huawei. Und ich beginne gleich mit ganz von vorn. Macht ja auch Sinn, wenn ich das schon so vorlese. Facebook hat ihn vorgestellt, denn Facebook Coin oder ein Stable Coin oder ein Global Coin, wie er auch von gewissen Medien genannt wird, ist die Antwort von Facebook auf Bitcoin und generell solche Währungen in dem Bereich. Und der wirkt sehr, sehr spannend. Es gibt aktuell, ja, wie gesagt, ein White Paper von Facebook dazu, das erklärt, was das Ganze ist. Ich glaube und ich hoffe, dass ich diese Woche, genauer gesagt heute Abend, mit dem Achim bei der Geek Talk News Aufnahme mit ihm ein bisschen mehr darüber sprechen kann. Er ist ein bisschen mehr oder tiefer in dem Thema drin und hoffe, dass wir da ein paar Dinge mit zusammenbekommen. Interessant ist es das Ganze, dass Facebook zumindest aktuell nicht wirklich Gebühren abverlangt und somit natürlich schnell wachsen möchte, aber auch selber sagt, dass es Jahre brauchen wird, bis das solche System sich ausgeweitet hat. Interessant sind auch die Zahlen, wo ein bisschen darüber gesprochen wird, zum Beispiel 4 von 5 Menschen in den Philippinen haben kein eigenes Bankkonto, aber jeder zweite verfügt über einen Facebook- oder WhatsApp-Account. Jetzt wissen wir auch, weshalb man diese beiden Konto umso mehr zusammenlegen möchte von Seiten Facebook. Genauso sind die Zahlen, rund ein Drittel der 2,4 Milliarden aktiven Nutzer Facebooks und ganzen anderen Diensten lebt in Afrika und Lateinamerika und das sind eben genau solche Länder, wo es eben nicht viele Banken gibt und nicht viele Möglichkeiten. Da ist natürlich ein Riesenpotenzial da. Es gibt natürlich auch Ängste, es gibt auch Möglichkeiten, es gibt Risiken und all das ist in einem Beitrag von finanzzzene.de bei uns in den Shownotes verlinkt. Finde ich einen guten Beitrag, könnt ihr euch mal durchlesen und euch informieren. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, in der nächsten Geek Talk News Folge haben wir ein bisschen was dazu. Ansonsten machen wir doch nächstes Mal mal in die Richtung. Da gibt es ja auch Experten, die wirklich ganz tief in dem Thema mit drin sind. Das nächste Thema geht Google an. Google Chat ist die neueste Version, Möglichkeit, die neueste Weg von Google, sich in eure Chats reinzubekommen. Nicht im Sinn wie mit den, ach, wie hießen sie schon wieder? Ich muss mal einen Droide hervorkramen. Ach nee, ich habe sie auch da deinstalliert. Es gab ja erst gerade wieder so Arlo, genau, und noch so einen Dienst, wo sie es versucht haben. Google Chat ist was anderes. Es ist quasi so, dass iMessage oder neu auch Nachrichten, also neu seit ein Weilchen auch Nachrichten-App, auf iOS die Möglichkeit, um SMSen zu verschicken. Das Ganze soll über Google-Services gehen, da die ganzen Provider nicht wirklich mitmachen bei diesem RCS-Profil, was eigentlich unterstützt werden sollte und eigentlich schon länger am Markt sein soll. und eigentlich schon viel länger hätte WhatsApp und all den anderen Diensten ein bisschen den Garaus machen können. Ja, da haben sich die lieben Provider leider ein bisschen, ja, nicht einigen können und halt dann, Entschuldigung, ja, hinten durch oder hinten rabgefallen. Selber schuld, Google macht jetzt das Gleiche, sie basteln jetzt da sich was Eigenes zusammen. Klingt grundsätzlich spannend, wird auf jedem Android-Device vorab installiert und darin kommen dann die ganzen SMSen an. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Angekündigt wurde es schon irgendwann Anfang diesen Jahres. Jetzt steht das Release-Datum fest. Nintendos Dr. Mario World, welches für iOS und Android gleichzeitig auf den Markt kommt, also für den Play Store und für den App Store, wird ab dem 10. Juli, also nur noch ein Monat minus neun Tage, schlafen und dann ist das Ganze hier. Gespielt werden kann es kostenlos, also runtergeladen werden. Es werden Münzen gesammelt oder auch Diamanten. Erstes sammelt ihr, zweiteres müsst ihr euch gegen Echtgeld dazukaufen. Ich bin ja echt gespannt, wie das Spiel einschlagen wird. Ich hoffe ein bisschen besser als das letzte, was sie da probiert haben. Aber ja, mehr dazu gibt es auch natürlich verlinkt in den Shownotes zum Nachlesen. Weiter geht es mit einer erfreulichen Nachricht für alle unter euch, die Apple Pay nutzen und in Deutschland zu Hause sind. Denn ja, die DKB, ich habe keine Angst, keine Angst, genau, keine Ahnung, wie gross das die ist. Aber ich glaube, den Namen schon mehrfach gehört zu haben. Da kann mich sicherlich auch der eine oder andere Hörer informieren. Ja, die haben jetzt endlich nach monatelangen Hin und Her und Rauf und Runter es doch geschafft. Apple Pay Unterstützung ist da. Wer mag, kann also sich das Ganze auch mit der Bank jetzt installieren. Dann gehen wir gleich weiter. Und zwar, wir bleiben bei Apple TVOS. Da gab es ja ein paar Neuigkeiten an der WWDC, die gezeigt wurden. Etwas, was nicht gezeigt wurde, fiel jetzt gestern mit der Beta 2. Gestern gab es ja für die Apple Watch, für macOS, iOS, für iPadOS etc. Die zweite Version der Beta. Und da ist jetzt ein neues Feature rausgefallen. Eine Bild-in-Bild-Wiedergabe vom Video. Und das finde ich besonders cool. Denn wie oft, also ja, vielleicht von 10, nee, sagen wir von 20 Mal, einmal. Aber wenn es passiert, nervig, wenn ihr irgendwas umstellen möchtet, müsst ihr den Film verlassen, in die Einstellungen gehen und dann könnt ihr das Ganze veranlassen. Das muss in Zukunft nicht mehr so sein. Wenn dann dieses Feature auch in die finale Version kommen wird, gibt es jetzt eben eine Picture-in-Picture-Lösung. Heisst, die ganzen, also das Video, was ihr abspielt, Netflix, Streaming, Apple TV, was auch immer, läuft normal weiter, geht unten rechts in den Eck und ihr könnt euch über die Menüstruktur und andere Geschichten durchwälzen. Sehr, sehr toll. Soll drinbleiben, bitte, liebes Apple. Wenn ihr euch fragt, ob euer iPhone ein Update auf iOS 13, was er im Herbst kommt, bekommt, dann schaut mal nach. Auch einen Beitrag dazu haben wir verlinkt. Meiner einer hat es auf dem iPhone 6S Plus, meinem letzten iPhone vor dem aktuellen. Und da läuft es richtig, richtig toll drauf. Richtig schnell und flüssig und alles. Ja, ich freue mich auf den Herbst. Auch haben wir da einen Beitrag noch verlinkt zu Apple Arcade. Da gibt es ein paar Informationen, die da mit drin sind. Wenn es interessiert, in den Show Notes findet ihr einen Link dazu. Und wenn wir es schon von Apple Pay haben, es gab heute auch Neuigkeiten für Samsung Kunden, die Samsung Pay nutzen. Und die sind wirklich toll, zumindest wenn man in der Schweiz lebt und ein Kunde der folgenden Banken ist. Und nein, ich lese die jetzt nicht vor, weil das sind doch ganz viele. Verschiedene regional, aber auch kantonal Banken und weitere Bankclair etc. Klientist Banken und so weiter bekommen jetzt, dank Viseca, die sich jetzt endlich auch geöffnet haben, einen Zugang zu eben Samsung Pay. Finde ich toll und ich hoffe natürlich, dass das jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich wird das auch ein bisschen eine Exklusivgeschichte sein für einen gewissen Zeitraum, dann auch für Apple Pay kommen wird und für Google Pay, welches wir jetzt seit kurzem auch in der Schweiz haben. Somit die Hoffnung bleibt wie immer da und mal schauen, ob wir es bald auch bekommen auf der anderen Seite. Wäre auf jeden Fall definitiv nicht der verkehrte Weg. Der verkehrte Weg ist es aktuell wirklich, wenn ihr in einen Thermomix-Klon investiert habt. Lidl hat ja sowas vorgestellt. Mittlerweile gibt es da ein zweites Modell davon. Monsieur Cuisine Connect nennt sich das Ganze. Und ja, man kann Geld sparen, aber halt wieder mal, wie so oft, am falschen Ort. Denn zum einen ist da ein verältetes Android drauf, nämlich ein Android 6. Gut, da wird sich der eine oder andere jetzt sagen, auf meinem Smartphone läuft nicht viel Neueres. Ja, auch das ist eine traurige Geschichte. Das Problem ist, hier kommen keine Updates drauf, somit auch keine Sicherheitsupdates. Sicherheitsupdates, ziemlich hässlich. Und dann hat der Hersteller dahinter, der Lidl da beauftragt hat, auch noch ein Mikrofon verbaut. Warum nicht, machen wir doch mal, weil man könnte doch das Ganze per Sprachbedienung bedienen. Aber nee, geht ja in diesem Android 6 nicht, zumindest in der Version, die da drauf ist. Und somit, ja, keine Updates, auch das nicht. Aber, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn es da eine Lücke gäbe, und solche gibt es in Android 6 sicherlich einige, vor allem wenn da keine Updates drauf gekommen sind, dann könnte man ja auf dieses Mikrofon zugreifen. Das haben sich auch ein paar Typen aus Frankreich gedacht und es ausprobiert und es ist leider so. Also, ja, wenn ihr ein Monsieur Cuisine Connect zu Hause habt, ist es eine Wanze. Autsch. Wieder mal am falschen Ende gespart. Zu guter Letzt gibt es gute Neuigkeiten für Huawei, auch wenn nur begrenzt gute. Aktuell gibt es ja Zahlen von, ich hatte es glaube ich gestern in der Daily, Einbußen wegen nicht mehr verkauften Smartphones und so weiter und das soll sich auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Jetzt gab es eine Neuigkeit, Microsoft hat in den Staaten die Huawei Matebooks 13, Matebook X Pro und das Matebook D wieder in den Store aufgenommen. Gilt das Embargo jetzt nicht mehr oder das Trump-Desaster-Zeugs da nicht mehr? Nee, dem ist nicht so. Es ist nur so, dass das Ganze ja für neue Geräte vor allem gilt und nicht für aktuelle und in Lager befindlichen Geräte und somit hat Microsoft halt einfach die Geräte, die sie auf Lager haben, wieder da in den Store gestellt. Ich wäre da mal vorsichtig mit dem Kauf, obwohl ich ja mit so einem Teil geliebeugelt hätte und mir fast, fast, fast knapp eine Woche, bevor das mit Trump und der Geschichte losging, so ein Teil geklickt hätte. Aber eben zum Glück oder in Anführungszeichen, wie auch immer, nur fast. Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten, waren doch einige. Euch wünsche ich einen wunderschönen Start in den heutigen Tag und ich freue mich, euch bald wieder zu hören. Morgen wäre so eine Möglichkeit, zum Beispiel hier in der Geek Talk Daily. Euer Pogipsi, bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Und dann Herr Pogipsi, bis dann. Tschüss.